Ich bin Hanna Rexhäuser. Herzlich willkommen zu meiner Performance am 23.08. auf dem Hof an den Teichen. Es geht mit dem Cello um die Welt. Ich komme mit dem Cello eigentlich aus der Klassik, aber ich kann mich genauso einfach restlos begeistern, wenn ich Salsa-Musik höre oder französische Chansons oder einfach einen Popsong. Und deshalb gibt es jetzt dieses Programm von mir, in dem einfach alle Stücke willkommen sind, die irgendwie zu mir sprechen und die ich gerne teilen möchte, ganz egal aus welcher Stilrichtung sie jetzt kommen. Es geht durch ganz viele Länder, durch Frankreich, Irland, Amerika, die Karibik, Russland. Und ich versuche den Stücken das zu geben, was sie brauchen, um sich so voll entfalten zu können. Und das geht oft über die Töne hinaus. Also manch ein Song hat eine Geschichte, der dazu gehört und die erzähle ich dann. Und manchmal braucht es sogar auch ein paar schauspielerische Gesten im Stück, um wirklich alles rauszuholen, was in der Musik drin ist. Und noch dazu macht das einfach einen Riesenspaß. Ich kombiniere auch ungewöhnlich, also zum Beispiel Bach mit den Beatles oder einen französischen Chanson mit chinesischer Filmmusik. Das passt sehr gut zusammen. Und ich freue mich total auf das Konzert. Dieser Ort ist einfach wunderschön. Ich habe mich hier sofort wohl gefühlt. Und wer mich ganz besonders inspiriert hat, das sind die kleinen Ziegen hier. Hier gibt es so ganz breche kleine Ziegen und die hauen immer ab aus ihrem Gehege. Die hauen ab und laufen dann durchs ganze Gelände, weil sie einfach gerne noch mehr erleben möchten. Und ich hoffe, dass sie am 23. dann auch unterwegs sind. Bis dann! Bis dann! Bis dann!